Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Ewig, das ist ewig, das ist der Ei. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick, es schaute mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. So kann ich auch ein Müllwort mehr fähren, oder ich wäre melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Gott, der sieht immer so verhänzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles ganzer. Was ist dort für ein Wetter? 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 Der Herr sprach, lass ich die Kleinen zu mir ab. Was ist dort für ein Wetter? 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 Was ist dort für ein Wetter?